Hey ihr Lieben, dieses Video ist nur sehr kurz, denn ich wollte euch einfach Bescheid geben, dass ich in meinem nächsten Video ein paar Fakten über mich erzählen möchte. Also es wurde sich gewünscht und dann wollte ich noch ein paar Fragen von euch beantworten, wenn ihr welche habt. Deswegen würde ich euch bitten, eure Fragen jetzt in die Kommentare zu schreiben. Und ja, dann kann ich sie im nächsten Video beantworten, also natürlich nur Fragen, die ich auch beantworten möchte, aber ihr könnt mir auf jeden Fall alle Fragen stellen und ja, dann wird sie vielleicht im nächsten Video dabei sein. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Fragen sammeln kann von euch und ja, dann freue ich mich aufs nächste Video und bis ganz bald, eure Nati. Bye.